Wir wollen alternative Antriebe ohne Kompromisse auf die Straße bringen. Und deshalb haben wir diese Fahrzeuge von Anfang an als reine Elektrofahrzeuge oder als Plug-in-Hybride entwickelt. Der BMW i3-Konzept und das BMW i8-Konzept verkörpern die Eigenschaften von BMW i. Sie sind maßgeschneidert für alternative Antriebe. Sie setzen auf extremen Leichtbau und sie bieten damit eine überlegene Fahrdynamik bei alltagstauchlicher Reichweite. Sie setzen Maßstäbe in Bezug auf eine nachhaltige Wertschöpfungskette. Der BMW i3-Konzept wird elektrisch angetrieben und mit seiner Reichweite von 150 Kilometern ist der optimal für das Fahrrad. Der BMW i3-Konzept basiert auf einer, wie wir sagen, Leif-Dreif-Architektur. Und das macht ihn leicht, agil, sicher und geräumlich. Die Karosserie mit der Leif-Dreif-Architektur reduzieren wir das Gewicht im Vergleich zu einem Konversionsfahrzeug um etwa 250 bis 350 Kilogramm. Und das bedeutet, der Elektroantrieb und die Leistungselektronik sind vollständige BMW-Eigenentwickler. Der Elektroantrieb besitzt 125 Kilowatt. Schon das Interieur wird diesem Anspruch gerecht. Wir haben nachwachsende und natürlich behandelte Rohstoffe eingesetzt. Wir haben nachwachsende und natürlich behandelte Rohstoffe eingesetzt und Teile der Instrumenten verwendet. Nun, meine Damen und Herren, zum BMW-Konzept D8. In diesem Plug-in-Hybrid droht das Zusammenspiel von einem Elektromotor und einem Verbrennungsmotor für besonders sportlich und dynamisches Fahren bei gleichzeitig extrem niedrigem Verbrauch. Auch die Leif-Dreif-Architektur ist gezielt auf den Sportwagencharakter ausgelegt. Er beschleunigt weniger als fünf Sekunden von null auf hundert. Und dabei verbraucht er weniger als drei Liter Kraftstoff. Das, meine Damen und Herren, erreicht kein Fahrzeug mit reinem Verbrennungsmotor auf diesem Leistungsniveau. Und der Clou beim Plug-in-Konzept ist, seine elektrische Energie bezieht er aus der Steckdose und damit idealerweise natürlich aus der Steckdose. Und der BMW i8-Konzept, der BMW i8-Konzept, ein elektrisch, zu 35 Kilometer weit fahren und das reicht natürlich für die meisten Fahrten auch in der Stadt. Der BMW i8-Konzept bietet auch Platz für bis zu vier Personen und damit natürlich einen hohen Alltagsnutzen und ist dafür wirklich suitable für everyday usage. Der BMW i8-Konzept, ist damit ein Sportwagen der neuen Generation, pure, emotional und nachhaltig. Amprendert ist es unter mir. Amt Herrin. Das hertz schreibt mal an und nachhaltig.